So, hallo, wir machen weiter bei Mario Wanda. Wir sind mitten in Welt 6 und sind auf eine Galerie getroffen. Da müssen wir wohl durch. Galerienlevel mit Lava. Uiuiui. Ich bin gespannt. Ich behalte mal meinen Drehsprung. Den feiere ich nach wie vor. Okay, aber ich muss wohl Gänse zu der Blume hier. Da sind wir auch schon unterwegs. Okay, das wird ein sehr akrobatisches Level. Okay, damit machen wir das Feuer aus. Und damit fallen wir einmal in den Abgrund. Okay. Okay. Ja, Spiel. Oh, da unten. Äh, nicht sicher. Ne, da ist die nächste. Okay. Wie soll ich denn? Ja, aber... Wie kommt man denn an die ran? Wie kommt man denn an die ran? Hier. Okay. Wie kommt man denn an? So. Wie kommt man das? Jetzt bleiben wir mal hier unten. Ne, schlechte Idee. Ja, ganz schlechte Idee. Ne, ich muss schon erst nach oben. Okay. Ich muss schon erst nach oben. So, wir gucken mal. Ey, ihr merkt halt nur, es ist wieder dieses Scrolling-Ding, ne? Du kannst nicht schneller durch, wenn du es schon mal gespielt hast, weil du auf das Scrolling warten musst. Gott! Das hält auch noch an. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt meine Blasen weg. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Ja, aber die Dinger sind da unten. Wie soll ich denn über die... Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, wie es gedacht ist, aber... Jetzt haben wir es halt. Also, ich bin überfragt, wie man an die hätte normal rankommen sollen. Ich muss nicht gestehen. Ich verstehe nicht, wie ich halt hier rankommen soll. So, ob der Wind von unten ist. Ist da irgendwie mehr Wind, dass man da so rüberfliegen kann, oder? Aber das... Fühlt sich halt hier auch nicht so an, ne? Also, hier muss ich ja auch den hier machen. Ah, mein Gott. Ja, ich meine, wir haben sie, aber ich verstehe nicht, wie es gegangen wäre. Das wurmt mich etwas, aber ist okay. Okay, hier müssen wir ziehen, dass die kaputt gehen, ja. Jetzt hoffe ich nur, die dritte Münze ist nicht auch wieder so eine komische, die ich nicht verstehe. Aber wir haben schon mal einen Checkpoint. Ist ja auch was. Ich meine, vielleicht wäre es mit den Blasen irgendwie gedacht gewesen. So, kann ja sein. Oh, 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 schnell. Okay. Ach, jetzt kommt der... Ja, natürlich. Gut, da ist sie. Da müssen wir jetzt nur noch durchkommen. Das ist alles andere jetzt relativ egal, ne? Oh. Wow. Oh mein Gott. Ich hab mich nicht festgehalten, aber ich hab zum Glück meinen Drehsprung. Mein Drehsprung hat mir dem Level richtig den Hintern gerettet. Oh mein Gott hat mir mein Drehsprung den Hintern gerettet. So, kommt jetzt mal ein Bosskampf oder wieder? Nur dieses alberne... Du musst durch die... Ja, okay. Ich muss einfach wieder bis dahinten durchspielen. Ja, wow. Aber da reicht es doch jetzt, den ersten kaputt zu machen. Und dann einfach durchzugehen. Ja. Es wird nicht besser, Nintendo. Der Abschnitt wird nicht besser. Aber ist okay. Ja, das war halt ein Luftschiff-Level. Luftschiff-Level sind halt Luftschiff-Level. Kein Fan. Aber macht ja nix. Was steht da eigentlich die ganze Zeit? Lava-Region-Info. Ach so, ja. Da sieht man die Karte. Ich weiß schon, wo ich bin. Alles gut. Nein, alles gut. Alles gut. Heißes Pflaster. Let's go. Mehr Level. Ah, okay. Die werden mit der Zeit warm. Und dann sollte man die meiden. Okay, da kann ich irgendwie hoch. Okay, hier ist so Wasser jetzt. Ah, hier kann ich jetzt hoch. Ich verstehe. Führt mich zu dem Leben. Ja, cool. Oh, und der Elefant ist hier relevant. Wahrscheinlich wegen dem Wasser. Ja, ja. Ja, wir brauchen hier Wasser. Das hat mich so hingehauen. Okay. Das war meistens nur ein Leben. Aber vielleicht ist es ja auch mal mehr. Ah, ein zweiter Elefant. Den können wir mitnehmen. Jetzt brauchen wir erst mal Wasser. Jawoll. Aber ich würde immer so langsam dann auch die erste Münze gerne empfehlen. Muss ich gestehen. Ah, ne, haben wir ja schon. Eine haben wir ja schon, ne? Ah, und hier wird die zweite kommen. Oh, da wollen wir hoch. Glaub' ich. Ich geh' aber jetzt weit zurück. Was ist denn jetzt los? What the heck? Das ist ein Secret Exit. Das, also wenn das kein Secret Exit ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ja. Sehr schön. Dann ist das jetzt aber meine Spezialwelt wahrscheinlich. Dann könnte das jetzt der Eintritt in meine Spezialwelt sein. Nein, immer noch. Okay, es ist eine Verschnaufpause. Gut, es gibt einfach mehr Secret Exits. Ja, ist ja auch in Ordnung. Wir finden die Spezialwelt schon noch. Ora. Oh, okay. Okay. Ich muss hier einfach alles, was heiß ist, abkühlen. Ah ja, okay. Ne gut. Hier wäre es noch hochgegangen. Ah, okay, verstehe. Alles klar. Warte, hier geht's auch noch hoch. Moment, Moment, Moment. Wir sind hier noch nicht fertig. Ach so. Jetzt sind wir hier fertig. Schöne Verschnaufpause. So, aber jetzt nach hinten. Ach, das ist okay. Wieder nur Gelaber. Ja. Ja. Danke. Das war unfassbar wertvoller Dialog. So. Jetzt würde es hier weiter nach unten gehen, aber da drüben geht es auch weiter nach unten. Und ich glaube, da drüben ist dieses weiter nach unten kürzer gewesen, ne? Ich glaube, wir gehen erst mal hier runter. Rankenschuss 2. Okay, das schauen wir uns an. Oh, mit Kombination an diese Dinger. Okay. Ah, ich wusste doch, ich habe mir schon so gedacht, ich will wahrscheinlich eh da dranbleiben. Und ja, ich wollte da dranbleiben. Aha. So, easy. Machen wir schon den zweiten. Und den dritten. Ja, easy. Aber das war ja großartig. Das war ein sehr schönes Level. Optimal. So kann es laufen. Bye, bye. Bye, bye. So. In die andere. Ja, nein. Und in die andere Richtung. Kreisende Flammen. Höhle der kreisenden Flammen. Schwierigkeit 4. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Das könnte jetzt das erste herausfordernde Welt 6 Level sein. Okay, die Dinger gehen runter, auf jeden Fall mal. Ja. Okay, er will nicht, dass ich den Elipfant weiter nutze. Sondern hier zu wechseln. Dann machen wir das jetzt. Ja, wie machen wir das? Ah, hier unten. Ich habe es gesehen. Okay. Oh, ich dachte, das geht in die andere Richtung. Ja, never mind. Ah, okay. Ja, aber da kommen wir auch so ran jetzt. Okay. Also der Drehsprung ist halt echt großartig. Ich kann es nur immer wieder sagen. Der erleichtert mir das Leben so sehr. Oh, hier geht es hoch, hier geht es hoch, hier geht es hoch. Ja, ja, aber, 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 da geht es mit einem Dings hoch. Mit einem Bohrer. Ich habe keinen Bohrer. Ich habe keinen Bohrer. Ich habe keinen Bohrer. Ach, nee, da muss ich mit dem Bohrer hin. Okay. Kriege ich hier wenigstens irgendwo einen Bohrer? Oh, das geht nur hier, nee, okay, es geht nur hier rüber. Also hier wäre der Bohrer jetzt nicht so notwendig gewesen. Okay, okay. Ich dachte schon, ich würde das Secret Exit Bohrer, aber nee. Der hätte tatsächlich nichts gebracht an der Stelle. Ah, das ist ein Schutz. Aber das da oben, wollen wir trotzdem auslösen. Ach, das war doch leider. Leider nur nutzloses Zeug. Oh, scheiße. Der ist nicht grundlos, äh, Sterne, vier, vier Sterne Level, ne? Ha, die kann ich fangen, sehr gut. Ich komme hoffentlich auch nicht wieder. Aber wir haben lange keine Dings mehr bekommen. Aha. Okay, ich muss den Kollegen da rüber drehen. Wahrscheinlich mache ich das über den Kollegen hier. Ja, natürlich. Wow. Wow. Äh, das war ja großartig. Also das war ja, also das war ja fantastisch durchdacht. Dann machen wir es halt in die andere Richtung. Also, so ein Quatsch. So. Das war jetzt die dritte, na gut. Dann haben wir das alles. Und dann wird es jetzt hier wahrscheinlich gleich in irgendeiner Form, genau, den Kollegen hier geben. Und da geht's wieder... Ja, weiß ich gar nicht, was jetzt hier passiert. Okay, ich schwimme jetzt in Lava scheinbar. Na gut. Ich frage mich jetzt halt nur, bin ich jetzt unverwundbar? Ja, scheinbar. Also, einfach durch. Also eigentlich ist es jetzt eine Verschnaufspause, oder wie viel sehe ich das? Scheint eine Verschnaufspause zu sein. Ja, ich kann mir eigentlich nichts wirklich was anhaben. Finde ich gut. Mein optisch ist es sehr schön. Optisch ist es sehr schön und... Und ist es halt ein sehr entspanntes Level jetzt. Und da ist dann das letzte Ding. Zack. Wunderbar. Und da ist der Samen, zu dem wir wollen. Prima. Da oben ist noch eine Pflanze eingesperrt. Ich bin halt immer noch diese... Ich bin halt immer noch so auf Secret-Exit-Suka. Muss ich gestehen. Aber das scheint nicht... Ich glaube, die eingesperrte Pflanze bleibt einfach eingesperrt. Oder man muss dann mit so einer Blase rankommen. Ah, das könnte natürlich sein, dass man dann mit so einer Blase rankommt. So oder so werden wir gleich feststellen. So oder so werden wir gleich feststellen. Lass mich in Ruhe. Äh, ob... Dieses Ding ist hier gut Exit hat oder nicht. Ich hoffe ja mal eher, dass nicht... Aber wir werden sehen. Grüner Haken oder kein grüner Haken. Das ist hier die Frage. Okay. Grüner Haken. Okay. Na dann. Nächster sinnvoller Dialog. Das Magma steigt. Ja, Mensch. So, und wo geht's jetzt hier hin? Ah, schon wieder eine der 50 Sachen braucht. Ja, komm. Let's go. Mach einfach auf. Laber nicht um. Wo komme ich denn jetzt raus? Ach so. Ja, dann gehen wir doch wieder runter. Das wäre wahrscheinlich dann der eigentliche Schlussweg gewesen. Deswegen war es auch ein Vier-Sterne-Level. Zumindest wirkt das so. So, das haben wir gespielt, ne? Ja, okay. Dann gehen wir auf die andere Seite noch. Hier ging's ja auch noch runter. Genau. Auch Vier-Sterne-Level. Wellengang mit Lavatunnel. Okay. Ich bin gespannt. Oh, Bruder. Nee. Oh, Gott. Wenn hier irgendeine von den Röhren begehbar ist, na? Okay, aber nein, da ist die erste Münze. Hoffentlich. Ja. Och, nee. Habe ich jetzt so eine Blume rausgelassen? Och, komm. Schlecht. Okay, mehr mit euch. Oh, gut. Der Stern ist jetzt weiß ich nicht so sinnvoll. Ich glaube nicht, dass er mit in der Lava schwimmen kann. Oh, nee, der darf da nicht bis hoch. Ich darf da nicht bis hoch. Oh, das ist natürlich auch wieder sehr interessant gemacht. Ja, da kommt der Pilz gleich. Wie? Ich würde fast sagen, hier könnte es sein, dass dieser Drehsprung mir ziemlich ins Gesicht springt. Deswegen lasst ihn mal einfach nicht nehmen. Und wenn ich ihn an der falschen Stelle einsetze, dann sieht es mich da nach oben. So, aber ich muss was kontrollieren. Guck mal, da ist diese... Da ist eine Wunderblume dabei, oder wie sehe ich das? Hätte ich da so eine Wunderblume auslösen können? Also habe ich es jetzt schon wieder versaut? Ja, ich komme nicht mehr ran, ne? Ich komme nicht mehr ran. Ah, na gut. Dann müssen wir erstmal nochmal weiterspielen. Aber das wirkt so, als ob ich da die Wunderblume hätte auslösen können. Weiß jetzt halt nicht, was ich davon halten soll, aber gut. Okay, da ist auf jeden Fall die dritte Münze. Ja, aber ich glaube, wir haben damit die Wunderblume nicht. Die wäre dann wohl in der Röhre, in dem Block oder so. Mal gucken, was noch kommt. Ja. Nein, ich habe nicht mal die Fahne. Okay, wir müssen so oder so nochmal rein. Das heißt aber, ich muss an der richtigen Stelle die Wunderblume auslösen. Oh je. Ich weiß nicht, ob das so oh je ist, Mario. Das ist eher oh je. Das ist eher sehr... Oh je, was wir da tun. Das war jetzt wirklich oh je. Okay. Komm her. Die können tatsächlich sehr sinnvoll sein. So, weil da kommt jetzt nämlich auch schon die Wunderblume. Oh mein Gott, wir haben sie. Okay, was geht jetzt ab? Aushalten. Also ich muss irgendwie überleben. Okay. Okay. Kann der mal ein bisschen... Einfach die Klappe halten. Das ist ja furchtbar. Bisher ist es nicht schwierig. Ja, wow. Es ist auch nicht schwieriger geworden. Gut. Nee. Ey, das war so fies. Habe ich den jetzt? Ja, aber ich muss die Fahne noch holen. Oh, das ist... Oh, hätte ich die Fahne richtig gehabt, müsste ich jetzt nicht noch mal das durchspülen. Ist das dumm. Ist das dämlich, ey. Hätte ich die Fahne richtig gehabt, wäre alles fein. So, aber pass auf. Wir haben ja gesehen... ...dass man auch am Boden ganz gut entlang gehen kann. Wenn man den Kollegen hier nutzt. Dann brauche ich nämlich nicht auf diese ganzen Teile da warten. Aua. Ah, hier. Zack. Schon haben wir es. Oh, man. So. Goldene Fahne. Level vollständig. Oh, geschlossen. Okay. Sehr gut. So. Jetzt ging es nach da weiter. Ah. Hier ist ein relevantes Level. Level auch Zeug alter Zeit. Okay. Machen wir das noch schnell? Ja, komm. Ja, das sieht doch ganz gut nach so einem Drehspurlevel aus. Okay. Okay. Danke dafür. Da ist meine erste Mütze schon. Okay. Okay, Moment. Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Jetzt ist die Frage, Bonus oder Secret Exit? Okay, das riecht schon nach Secret Exit. Ah, okay. Es riecht nach Bonus. Dann doch, doch nur ein Bonus. Na gut. Ist auch in Ordnung. In jedem Fall war es relevant. Oh, jetzt wird es interessant. Okay. Okay. Das war's für heute. Das ist die Außen. So, dann haben wir sie. Okay. Dann fehlt jetzt nur noch der Samen. Wo auch immer der dann losgeht. Okay. Ich hoffe, ich habe mich noch nicht verpasst. Ah, ne, okay. Wir haben mich noch nicht verpasst, wenn ich jetzt... Ja, okay. Ja, das ist jetzt die Hauptchallenge. Alles klar. Yo. Ich verstehe die Zeit da oben halt jetzt wieder nicht so ganz. Oh, Bruder, war was? Ich verstehe die Zeit oben halt wieder nicht so ganz, weil das ist ja scheinbar, wenn es jetzt auf Zeit gehen würde, ich muss dem ganzen Ding erfolgen. Also, ne? Ich werde ja kaum einen alternativen Weg haben, das spielen zu können. Ey, ich muss da schon draufbleiben auf dem Kollegen. Ah, so, okay. Gut. Dann haben wir es doch auch schon wieder. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss und wir können wahrscheinlich im nächsten Part Welt 6 abschließen. So sieht es zumindest aus für mich aktuell. Oh, ich komme da noch gar nicht hin. 25, okay. Mach mal. Da ist nochmal eine Kampfparty und dann haben wir hier wieder... Okay, ja, dann ist hier der Weg in die andere Richtung. Ja, Moment, aber... Wait. Dann habe ich irgendwo ein Level übersehen. Dann habe ich irgendwo ein Level übersehen. Weil jetzt haben wir hier 23, das ist die 24. Oh. Oh. Da habe ich irgendwie nur ein Ding geholt. Was ist das denn für ein Level? Warum habe ich... Hä? Was habe ich denn... Habe ich da... Was habe ich denn... Hä? Wieso dachte ich denn hier, dass ich fertig bin? Da hat mir ein Secret Exit gefunden. Dann habe ich gesagt, passt wahrscheinlich, oder? Wie sehe ich das? Oha. Das ist ja nicht so klug. Also wir haben die ersten zwei Münzen. Wir haben den Secret Exit. Das war es dann aber auch schon. Ach ja, ich erinnere mich. Das war das, wo wir in der Mitte an das... Ja, das sind wir dann hier nämlich rückwärts gelaufen. Ich erinnere mich. Gut. Dann brauchen wir jetzt noch wieder den Elefanten. Oh, scheiße. Okay. Okay, da muss ich hoch. Oder auch nicht. Ah, die muss ich... Das ist bestimmt die Wunder... Ja. Okay. Ah, das ist jetzt so ein Ding. Wieder, wo ich die Teile jagen muss. Jo. Nummer vier. Und da ist die Fün. Easy. Fehlt jetzt nur noch die... letzte große lila Münze, na. Das sehe ich doch richtig. Dann wird die hoffentlich noch auftauchen. Ah, ja. Schade. Ich dachte, ich habe sie gefunden. Okay, ich glaube, ich habe sie trotzdem gefunden. Das war nicht so gut. Ui. Jawollo. Ja, optimal. Dann haben wir es. Gut. Jetzt haben wir... genug Samen. Wäre mir gar nicht aufgefallen, dass ich hier in dem Level einfach was ausgelassen habe. Ist das in dem Part passiert oder in dem Part davor? Habt ihr in den Kommentaren schon gemeckert? Ich weiß es nicht. Gut, wir haben es jedenfalls. Wir haben es jedenfalls. Dann nächstes Mal Kampf Arena. Und ich schätze mal wirklich Rest von Welt 6. Weil so viel ist es nicht mehr. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss.